Blindfischi erhalten? Jackbox-Hard-Mode? Bist du denn bescheuert? Ich muss hier übrigens auf Ja klicken, witzigerweise gerade. Seht euch gut fest. Jetzt kommt Cripplash 3. Der Zorn des Schmittis. Aber manche kriegen ja nicht am PC. Ich bin euer Gastgeber Schmitti und ich mache das nur übergangsweise, bis mir klar wird, dass ich es eigentlich immer geliebt habe. Nun zu Runde 1. Ach ja, die Punkte hängen davon ab, wie viele stimmen eure Antworten im Vergleich... Überspringen. Ah. Ich bin blind, aber nicht taub. Der erotischste Fahrbetrieb im Freizeitpark. Das ist witzig. Also gut, wählt für den, der euch am besten gefällt. Ich habe doch noch hat nicht angefangen. Ich glaube, der ist schon im Urlaub. Verdammt noch mal. Sie kriegen eine Chance, ihr Leben mit einem Passwort zu schützen. Hallo, Nienchen. Geben Sie auf Ihrem Gerät ein... Ihr Blitz ist im Sekundentakt. Halalala. Und es sind nur noch 18 Grad. Halalala. Paradiesisch. Haben Sie das gewählt? M. Das ist die Antwort. Nun zu allen von Ihnen, die noch am Leben sind. Kommen Sie mal mit. War ich der Einzige, der das wusste? Knappe Kiste. Habe ich zu meiner Ex auch gesagt, aber ich wollte halt nichts zunehmen. Und nur an der Anzahl an Buchstaben muss ich jetzt erraten, dass das der Kollege war. Ha? Ha ha? Oh, ich mache euch so... Wenn ich euch fertig mache. Also dann, also... Haben Sie das gewählt? Eins. Yoda. Das ist die Antwort. Ich will Ihnen was zeigen. Das habe ich vergessen. Willi, falls es heute noch keiner gesagt hat. Du bist toll. Hat mir heute noch keiner gesagt. Warum auch, weil ich ja die ganze Zeit alleine war. Ich sollte öfter ohne Brille spielen. Au! Nee, sollte ich nicht. Aber ich musste eine bestimmte Pflanze da wegschneiden. Na, weil es ist keiner, spiele ich alleine. Ist aber schwer. Beginnt mit einem E wie Emil. Wart mal noch ein bisschen. Ich unterschätze diesen Chat immer wieder. Ja, es war eh voll. Ihr verarscht mich. Schön zu sehen, dass gerade Sie es lebendig hierher geschafft haben. Finde ich auch. Aber werden Sie auch entkommen? Habe ich eine Brille auf? Da habe ich eine Brille auf. Ich lebe in meine Kategorie. Der Titel eines Online-Kurses von dieser Person. Jetzt kommt der lustige Teil. Wählt euren liebsten Quip. Da ist mehr dran, als du denkst. Gehen Sie sich ja nicht um. Ist doch nur Dunkelheit. Das sehe ich auch gerade. Ja. Sie müssen alle richtigen Antworten finden, um zu entkommen. Nein, ist nicht wahr. So, dann spielen wir jetzt noch eine Runde diesmal mit Brille. Das heißt, ihr könnt auch gewinnen. Das mit dem Add-on. Hat das irgendjemand benutzt, außer Vicky Fluffy? Und wenn, wie hat es funktioniert? Also, ob, wenn, ne? Man kann richtig ganz normal mitspielen. Habe ich das richtig verstanden? Es funktioniert. Ich sollte nicht so viele Fragen stellen. Ich habe die Startregel recht. Steige ich halt zurück. Also, du hast es benutzt, aber bist scheinbar nicht so zufrieden. Und das kletterte ich heute auch. Ist einfacher und größer. Was davon? Negros Laptop, oder? Ich komme so nicht weiter, Freunde. Ich fühle mich wohltätig. Passend zum Averna-Rat. Jeder kriegt 500 Dollar. Geben Sie Ihrem Freund was von dem Geld ab. Wer am Ende am meisten Geld hat, stirbt. Aber wenn Sie jemandem etwas spenden, der... Das überlasse ich dir. Was überlässt du mir? Mensch, gib mir doch mal Antwort auf eine meiner Fragen. So komme ich doch nicht weiter. Morgenstund hat... Nein. Ich habe Trump eingegeben, aus dem zweiten Mal. Da wollte mal jemand nicht mitmachen. Ich gewinne jetzt, weil Vicky Fluffy nichts eingegeben hat. Nein. Ja, da muss man schon wissen. Nein. Was? Nein. Die Frau macht mich fertig. Die Zeit ist fast um. Ich kann nichts Gutes über die Leistung des Publikums sagen. Und? Ich dachte schon, es wäre ein Buch. Ich dachte, du kennst mich. Sie kann dem Geist nicht ewig davonlaufen. Die Deckbox ist irgendwo, da wo Kira jetzt sitzt. Kira, du sitzt vor den Icons. Kira. Weg da. Gehst du weg. Jaehaa! Hm, diese leckere Lebenskraft. Meja, 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 meja. Wie weit auseinander können bitte die Antworten sein? Penisse oder Katzenbabys? So, wer von euch mag Katzenbabys und wer von euch ist versaut? Wer von euch ist beides? Schwierig. Verdammt, hätte ich auf mich gehört. Hätte ich auf mich gehört. Oh, ein Kopf an Kopf rennen. Alter Schwede, okay. Der Xerico fehlt. Die Hungs, wenn sie möchte. Auch. Der Backfisch ist dabei. Noch zwei Spieler bitte. Ihr habt noch wenige. Sie setzt einmal aus. Xerico, kannst mitspielen. Das sind auch nicht meine Fragen. Kannst euch mitspielen. Tut nicht weh. Und ihr müsst auch nicht alles mit Old Men's Stuff beantworten. Oder Kira nutzen. Auch die Kleine ist jetzt gerade egal. Also los. Hat nicht funktioniert. Achtung, Vorsicht. Wer gewinnt jetzt? Sie müssen alle richtigen Antworten finden, um zu entkommen. Der Bild ist immer noch leer. Was hast du denn? Du für eine Steckdose oder Kabel. Habe ich nicht dran gedacht, als ich mir ein neues Bier geholt habe. Stell dir vor, für ein paar Sekunden nur, du würdest Willi heißen. Willi, du bist ein Idiot. Muss nur eben das Ladekabel besorgen. Stell dir vor, ich würde Willi heißen. Willi, du bist ein Idiot. Krass. Auf Englisch. Haupt. Ja. Also nicht Kopf. Auf Englisch, sondern Haupt. Allerdings rückwärts geschrieben. Edge. Niam. Oder rückwärts. Main. Im März 2022 wurde der Vorgarten eines Pfarrers aus North Dakota verunstaltet mit einem riesigen Schreibt jetzt eure Lügen. Das war klar, dass der Nero sofort was weiß und ich weiß auch, was es war. Ich führe mit 6200? Verdammt. Fischi, ich kriege dich. Ich gebe ihm eine Kategorie. Hm. Hm. Könnte die echte Tante Mildred bitte aufstehen? Holla. Irgendeiner hat gewonnen. Glückwunsch. Oh, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ah, siamesisch. Und wo genau wollen sie hin? Es war klar, dass das von Nero war. Und irgendwie war es klar, dass Kätzchen dafür ist. Was soll ich denn dazu noch sagen? Willi, war das richtig? Bist du dir sicher? Nee, ne? Sonst würdest du nicht so blöd fragen jetzt. Redest du öfter mit dir selbst? Und manchmal. Wann so? Weiß ich nicht. Musst du mich fragen. Die Zeit ist fast... Ja. Ganz leicht, oder? Je mehr Leute eure Antwort mögen, desto mehr Punkte kassiert ihr ein. Alles klar? Großartig. Wurde zurückgehalten wegen Poloch. Lustig. Ich muss erst freigeben. Ja, das fand ich gut. Also eine Runde machen wir noch. Und einen Kaffee trinke ich noch. Aber wie gesagt, man kann trotzdem gewinnen, obwohl man ein Geist ist. Habe ich letztes Mal gemacht, zum Beispiel. Ich war Backfisch. Haben Sie das gewählt? Ich glaube, für euch wird es alle langsam Zeit fürs Bett, kann das sein? Erraten Sie als Team über Ihre Geräte ein Passwort. Okay. Seien Sie nicht egoistisch mit Ihren erratenen Buchstaben. Sie dürfen sie ruhig rumerzählen. Entschuldigung. Erste und zwei der Platz. Zehn Punkte Unterschied. Aua. Okay. Wählt jetzt alle euren Lieblingsquip. Voll, voll. Anfassen macht au au. Kaffee ist liebe. Sätze müssen richtig beendet. Rubbel, die saß er. Hat er selbst gesagt, ja. Catalan, Rubbel, die saß er. Oldman Staff, schlecht gerubbelt. Oh mein Gott. Spanier, vergiss alles, was ich gesagt habe. Ist ein Scheiß-Spiel. Nein, ist nicht wahr. Das Kätzchen-Spiel mit. Ist ja nicht wahr. Man muss so lange genug warten. Dann spielt sie mit dir. Mach was. Okay, macht jetzt jemanden glücklich. Okay, tschüss. Tschüss.